hallo liebe filmgeeks eine neue woche planet filmgeek ein neuer wochenüberblick eine neue wochenvorschau ich weiß gar nicht mehr was wir genau dazu sagen ich bin der luke und ich sag euch was euch diese woche erwartet und zwar könnt ihr am donnerstag die neue folge top 250 anhören es ist der film sieben der besprochen wird direkt nach sieben samurai wir machen bestimmt überhaupt keine witze darüber könnt ihr euch auf jeden fall freuen eine typische joe luke und ted folge in der wir alles vom stapel lassen was geht und so viel labern wie nur möglich und nie so wirklich über den film sonntag kommen die reviews oder zumindest kämen die reviews weil ich weiß nicht ob ihr die kinostarts im auge habt aber tatsächlich kommt diese woche eigentlich ganz schön viel mist oder zumindest aus meiner sicht es kommt irgendwie nichts was ich sehen will es kommt fast and furious hobs and shaw ein neuer fast and furious film und ich habe wirklich überhaupt keine keine gute meinung von diesen filmen dann gibt es einen deutschen film das benjamin blümchen remake kommt raus das ist eindeutig sommerloch im kino und ich hoffe mal dass noch irgendwas interessantes in den streaming plattformen kommt worüber ich reden kann und worüber ich mit joe reden will was schon im raumstand war dass wir mal endlich tschernobyl besprechen vielleicht machen wir das auch am sonntag es ist noch ein bisschen ungeplant es kann sein dass am sonntag nichts rauskommt dann wundert euch bitte nicht dass nichts kommt aber üblicherweise versuchen wir irgendwie was hinzukriegen aber dadurch dass irgendwie niemand gerade zeit hat und da ist kann es gut sein dass am sonntag nichts rauskommt falls es sein sollte mache ich noch mal ein separates video dass ich am sonntag hochlade damit ihr auch bescheid wisst dass wirklich nichts mehr kommt ansonsten vielleicht schaffen wir es ja doch ins kino und damit war es das auch für diese woche mit der vorschau leider ist es ein bisschen eingeschlafene woche auch die nächsten paar wochen wird es kinomäßig nicht unbedingt besser was die aktuellen filme angeht und auch was die anwesenheit der leute angeht die es nach und nach alle in urlaub fahren leider ein bisschen eine durststrecke wird auch wieder besser im herbst kommen dann wieder die richtig großen features auf halloween hin könnt ihr euch freuen da haben wir schon ganz schön viel geplant aber jetzt im sommer wird es einfach gerade ein bisschen lang langsam und ja hoffentlich nicht langweilig aber falls ihr im urlaub seid falls ihr schon irgendwo am strand liegt und gerade dass ihr hört dann wünsche ich euch einen schönen urlaub ansonsten wünsche ich euch viel durchhaltevermögen auf der arbeit oder was auch immer ihr gerade tut und natürlich eine wunderbare woche ist dann